Alles noch runter, geh runter, ich hole den Gimbal von dir, wenn es ist ja ich. Guck mal wie sexy Robin runterläuft. Wir machen jetzt so cinematische Musik dahinter. Also eigentlich sollte er mir jetzt das Gimbal geben und ich dir. Nee, nee, geh, geh, ich film. Er kann einen gegen nehmen, ja. Alles gut, ich film. Ja, kann ich mir ein bisschen nehmen. Wow, cinematische Musik kickt jetzt rein. Die Belichtung ist komplett am Arsch. Sollte ich nächstes Mal Autopädie-Berichtung dran machen. Das ist ja nicht. Und ich auch. Du bleibst hier, du willst mir Gimbal. Gimbal? Willst du Gimbal wieder? Na komm, meine Hände. Meine Hände ist ja immer zurück auf den. Das muss vorkommen. Ach, das geht. Wir gehen ja um die Seite, können wir raus, glaube ich. Ist es an oder aus? Es ist an. Du kannst filmen, wie ich gleich auf meine Fresse falle. Das kannst du nicht mit deiner Hand bewegen. Nee, aber es war halt festgesteckt. Ja, also. Digga, ich fall so auf meine Fresse, ich bin schlecht am sowas. Du musst dich über den vorderen festhalten und dann vorbeugen zu dem daneben. Alles gut, alles gut, das schaffe ich. Ich bin Explorer. Sowas habe ich gemacht. So bin ich damals in Rumänien zu der Schule gegangen. Geil. Ich bin unten gekommen. Klingt weh? Ja, ein bisschen. Reinkommen, wenn man es so macht. Ja und? Mit Gimbal kommt man auch rein, weil ich kann ihm zu machen. Also ich würde rein und raus kommen. Wenn einer so hält. Ja, dann Albert hebt mal. Okay. Jetzt der Gimbal. So unten. Den Gimbal. Nehmen. Ja komm. Passt der durch? Ja. Pass auf, pass auf. Ich halte von dieser Seite. Ah. Okay. Passt. Warte. Jetzt der. Warte, warte, warte. Ich bin durch. Okay. Ich bin durch. Ich durch jetzt. Dann jetzt du. Du siehst aber nichts, oder? Ein bisschen was sieht man. Ja, jetzt sieht man. Geht man gerade gut im Blende? Hallo. Ja, ist gut, ist gut. Kann jemand drücken? Ah. Komm, komm, komm. Ja. Katz. Hört nicht zu laut. Es ist zu kalt. Aber es ist angenehm. Top. So. Ja. Ist das geil, aber. Das sieht auch nicht zu scheiße aus. Kannst du probieren mal rum zu zeigen? Also. So, ich halte. Ja. Ja. Das ist unser wunderschöner Ort. Danke. Das können wir mal antesten auf die Gute. So, Robin. Komm mal mit. Okay. Geil. Pass auf sie das. Ja, zeig mal, wir sind so rum. Das ist voll cool. Ziger. Hier was. Aber mit Licht reinkommen. Was schießen hier. Ja, ja. Ah, die Türe. Nächstes Mal, wenn wir hierher kommen. Wir müssen die Schaufeln mitholen, dass wir die komplett aufmachen. Sonst kann man die Lichter und so nicht rein. Digga, wie geil sieht das, das bitte aus. Ja, Samoare. Wieso? Wirst du da hoch? Ja, ich will mal gucken. Ach, wie sieht sowas. Wie neu. Jetzt filmen wir. Ja, ist das geil. Kann man nicht irgendwie nach oben oder so? Ich glaube, man könnte ja auch schon ein geiles Video drehen. Das sieht gut aus. Jetzt weiß ich. Ich trage viel auf, ne? Ja. Ja. Das ist so geile Schatz, wie ich hochgehe, gell? Ja. Von oben. Boah, Junge. Das sieht einfach so postapokalyptisch aus. Ja, das kann man so geile Sachen hier filmen. Ich hab so Bock drauf. Entschuldigung. Ach Gott, das ist leer. Was geht ab, Chat? Was? Ich glaube, das sind so fast, wo es kann man. Ja. Das ist ein Verbrauch. 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 Also rein theoretisch könnte man das auch so eine Serie machen, so Lost Places. Gibt es ja schon viele, die irgendwie beurteilt wurden. Aber wenn man sich halt gescheiter Kleidung anzieht und sich gut informiert. Ja. Lass mal. Schreibt gerne in die Comments, ob ihr sowas haben wollt. Haben wir mal den Gimbal gekratzt? Ein bisschen. Geht so. Soll ich nehmen oder? Nee, ich geh mal so hoch mit ihm. Das ist auch ein paar geile Schatz für mich. Dicker Siggler. Nee, aber was man hier für krasse Filme unterschießen kann, ist echt geil. Action Filme. Ja, nächstes Mal ziehe ich mich besser. Boah, wie geil ist das denn? Schatt, guck mal, Silas da an. Warte. Silas chill mal kurz. Yo, Silas chill einfach mal kurz da oben. Wir gehen auch gleich. Janik, kannst du auch bitte den Gimbal halten kurz? Außer bisschen filmen. Man kann hier Drohnen-Schatt machen ohne Drohne. Guck da oben. Junge. Filme. Geh mal rum. Junge, ist das geil hier. Also das ist echt ein keines Set. Ja. Alles, was man hier filmt, würde professionell aussehen. Und hier kommt Licht durch. Man braucht nicht so viele Lichter hier. Ja, von oben. Ja, das ist sogar so ein Naturell-Licht. Ja. Dicker, gib das rein. Geil, ich geh mal um. Hier muss man wahrscheinlich Gimbal geben. Ja. Die Treppe hält. Stell dir vor, ich fahre jetzt noch mit der Treppe. Was geht ab, Chad? Was? Ja, Mann. Kannst du? Albert, aber hier könnte man schon böse Musikvideos machen. Man könnte sowas von böse Musikvideos und alles drehen hier. Warte. Wir checken mal das ab. Warte. Warte. Chill, chill, chill. So. Komm. Komm. Okay. Du weißt schon, wie man sich betrifft. Haha. Transitions. So war hier hoher Betrieb. Ey, Alter. Wenn wir hier drehen, wir müssen ja gefühlt haben. Ich habe noch mal eine extra Tasche mit extra Klamotten. Klar. Ja, nochmal komplett. Ne, also wenn man hier was dreht, man bereitet sich vor, man kommt erstmal in krasse Klamotten, dass du dich so wie ich verletzt, weil dann ist auch scheiße für den Video. Wir brauchen auch nächstes Mal richtig starke Taschenlampen. Ja, Taschenlampen. Scheiße. Ich laufe vielleicht besser auf diese Seite. Ey, lauf nicht in die Mitte, Jungs. Wieso? Die Mitte steht unstabil. Achso, das sind Löcher, ja, ja. Aber ich muss euch ehrlich sagen, hier kann man aber nur auch so 15 Filme mit Leuten, die wir kennen, weil ich kann hier keinen Schauspieler durchbringen. Ja. Weil wenn er verletzt wird, dann ist es meine Schuld. Weißt du? Ja. Was hast du gefunden? Die Bretter. Robin, ich verpässt die Gimbal auf der Rüte. Der ist einfach... Er hat auch die Zielscheiben, da haben welche Bogen geschossen wahrscheinlich. Boah, da bin ich hoch. Scheiße, Gimbal. Irgendwo der Brenn, hätte ja der Scholl schon noch sein. Du musst dir jetzt halt mal überlegen. Eines... Das klingt süß. Du musst dir eins überlegen. Vor irgendwelchen Jahren hat sich irgendeiner dann gedacht, ja, das lohnt sich nicht mehr. Wir machen dicht. Und er hat alles stehen und liegen lassen. Digga, jetzt kommt ein bisschen Graffiti-Wanser. Hey, das sieht voll geil aus. Yo, yo, warte. Ja, ja, warte, 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 warte. Wow, Digga, wie das gerade aussah. Immer eins geht über, okay? Ja. Digga, der sieht unstabil aus. Ich geh nicht dadurch. Digga, ich geh nicht dadurch. Ich hab nur einen Fuß darauf gemacht, das Ding hat sich bewegt. Guck, film mal. Film mal, jetzt hat er... So. Wie filmst du das? So, das ist euch viel dafür. Digga, das sieht trotzdem so geil aus. Nee, aber dadurch geh ich nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Ich lande unten. Digga, was fokussiert gerade? Ich glaub, die Wand. Sieht irgendwie so aus wie so eine Map aus Black Ops 3, ich weiß nicht. Wir bewegen das halt so viel Autofokus-Densicht, was wir benutzen können, weißt du? Robin, seit wann bist du obdachlos? Seit 22 Jahren. Und wie bist du jetzt hier zu wohnen? Apartment-Jurz. Dieser Platz verbindet etwas mit mir. Mein Vater hat damals hier gearbeitet. Was hat er hier gemacht? Er hat Siegel gemacht. Er ist allerdings noch verstorben, er hatte einen Unfall. Bist du deswegen obdachlos geblieben? Ja. Und wie sieht's aus mit deinen fünf Kindern? Hab ich nie wieder gesehen. Okay. Aber jetzt für TikTok, wir geben dir 100 Euro, wenn du was Komisches sagst. Nimmst du 100 Euro an oder gibst du an den nächsten doppelt? Doppelt. Okay. Wir gehen jetzt an den nächsten. Geben wir runter, oder? Janik? Willst du 100 Euro oder gibst du 200 Euro? Gibst du doppelt an den nächsten. Wie scheiß 100 Euro, Herr? Ach so, dir? Ich mach Spaß. Nein, Mann. Warte kurz, das war Spaß, TikTok. Ich fühle mich wie auf Livestream hier. Hier wird mein neues Livestream-Setup sein, Jungs. Wir machen hier Router. Streamen schon roughed mit Silas hier. Gehen an alle, die gerade schauen, wir fahren vorher ganz da oben. Zeig mal, du kannst mit dem Controller. Guck mal, wir kommen von ganz da oben einfach, Digga. Das ist schön hoch, wenn man so von unten schaut. Ja, das sind locker 10, 15 Meter. Glaubt ihr, irgendein Schauspieler würde sich gerne unten werfen für einen Shot? Wir machen hier einen Matratzi. Du musst mal ganz dringend herkommen. Okay. Geh mal weg, Silas. Nee, geh mal weg. Geh mal da raus. Das geht schon gut. Warte, du musst dir das vorstellen. Du bist so als Stalker oder so, bist du unterwegs und tust Sachen erkunden. Du kommst so um die Ecke und da steht ein Walker. Ja, Digga. Aber hier kann man auch krasse Horrorfilme oder so. Kannst du den Metaschen haben, bitte? Nee, nee. Komm, wir machen die Walking Dead-Szene nach Chatfilme. Die Walking Dead-Szene nach so. Warte, Silas, komm. Wir machen jetzt eine Filmszene. Okay, aber auch Vlog-Filmszene. Lauf mal mit. Du musst mitlaufen, ja? Du bist der Walker, Robin, okay? Ja. Okay, let's go. It's been a hundred days. I'm still alone. Jungs, wir haben einen Strand gefunden. Hier so ein Puls stehen. Ich finde, den Sommer genießen. Ich bin immer noch schwer. Oh, was ist das für ein Scheiß? Ach ja, wenn man hier läuft, das ist alles verwinkelt. Geht überall hier raus und überall rein. Geil. Glaubt ihr, die Tüle kriegt man nicht auf nächstes Mal? Doch. Nein, das ist die abgeschlossene. Warum abgeschlossene? Die ist direkt bei diesem einen Typen da. Das hört mir nicht zu laut. Ich habe mich mitgekriegt. Die Safe, die abgeschlossene Tür. Hier öffne ich mein neues Geschäft. Ich will das promoten an alle, die mich zuschauen. Das wird heißen Albert Fabrik. Und hier, wie ihr seht, der Gebäude ist ziemlich neu. Also ich finde, der operiert noch. Ja, wie ihr gesehen habt, das hat gerade die Hitze angemacht. Silas tut gerade ein bisschen da reparieren, da er Elektriker ist. Kann ja sowas machen. Silas, in wie vielen Wochen glaubst du, haben wir das Ding offen? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen Arbeit ist schon noch. Aber ich glaube, so ein bis zwei Wochen schafft man offen, oder? Können Leute bei Alberts Werkstatt vorbeikommen, oder? Ja. Also man muss sagen, wir reparieren hier sechs Puppen. Wir haben hier gut ausgerüstet. Aber ja, wir haben hier eine Werkbank. Werkstattbetrieb, Hella. Komm, Crafting. Bitte. Wir saufen natürlich nicht bei der Arbeit, das ist verboten. Das war für die Bauarbeiter. Was hast du da gecraftet? Ich habe eine Kodaschaufel gecraftet, die echt krank ist. Die ist echt besser. Wir haben die unlockt jetzt. Guck mal, wie gut die Qualität ist. Wir haben was gecraftet, Jungs. Die ist, glaube ich, Plastik. Hier wird gerade Minecraft-Real-Life-Film gedreht. Und hier? Ich bin Steve. Wir haben Robin verloren. Da oben habe ich... Robin, du kommst nie wieder in das Video rein. Wir müssen jetzt so... Erste Video, wir haben Robin in Lost Place verloren. Zweite Video, wir gehen nach Robin zurück. Yo, Robin! Da ist der! Geht's dir gut, Mann? Vor sechs Monate war ich weg. Robin, wir bringen dich zurück. Alles gut. Komm, komm. Kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Ich hab mich von Fakten... Robin, kennst du mich noch? Ich bin... Albert, bist du's? Ja, Robin. Fass mich meine Titten an, Robin. Das bin ich. Ich bin blind. Robin, wir bringen dich zurück zu deiner Familie. Nein, ich will hier bleiben. Ach so. Okay, dann lassen wir ihn höher. Ich bin blind bei den anderen Legen. Yo, Chat! Schreib mal eins in die Comments, wenn wir ihn mitholen sollen. Zwei, wenn wir ihn hier hinlassen. Wir machen jetzt einen epischen Chart von Silas. Wenn du jetzt einen Head-Chart bekommt, wäre das nur noch epischer. Das wäre echt episch. Digga, warte, wir machen jetzt so einen Familien-Chart. Ich und Janik. Happy Family. Warte, mach Faust. Mach Faust. Jawoll. Wer sind hier mit BMW gekommen? Kann man das sehen? Das ist auch ein Thumbnail jetzt. Ja, das ist der Thumbnail jetzt. Ja, ohne Spaß. Exploren? Nein, ich glaube nicht. Alles andere haben wir schon gesehen. Da oben war ich. Da unten ist eh nicht sehenswert. Gut, dann machen wir danach noch den Outdoor. Wo war der Ausgang? Wo wir eigentlich bei Outdoor wieder zurück sind, dass die Leute wissen, dass wir ihn safe sind. Weiß jemanden oder? Ja, an sich mit einer so, einem fehlt so ein Arm auf einmal. Die Leute sind wieder zurück. Ich kann es ja rausediten.